so und damit herzlich willkommen zurück bei er rennt direkt los ich muss noch mal eine begrüßung machen herzlich willkommen zurück bei waff den waffel simulator für ihre waffeln in der hitze die muss man so reinpacken und dann ist das eine waff nie wieder mit ihren let's play nie wieder was kann es aber vergessen wir werden noch ganz viele namen einfallen ist ja kleine insel ich gehe gleich tauchen wo ist denn der blödmann ja hier ist nichts weiter aber da könnte bestimmt hier beim tauchen ziemlich viel sein oh ja hier ist schon eine kiste da ist der haie jetzt knallt hier nämlich du blöd mann ich hab ihn erwischt komm her ich werde dich schneiden schneiden durch das fleisch heute gibt es fisch auf den tisch kommt heute ein fisch zu saftig süß gleich bist du tot du dreckiges scheißspezies ich werde dich braten und kochen und töten und zerschneiden und hacken du bist nix du bist kein haie du bist nix du bist überhaupt nix jetzt wird das gerade nacht wenn wir uns da mal hinlegen bevor wir den jetzt killen ich mach den jetzt kaputt ist mir egal ne aber dann sparen wir ja vielleicht wieder wenn die nacht vorbei ist ok ok kurz warten bis hier nacht rum ist das wollen wir ein bisschen mehr sehen jetzt kann man die presse noch mal zuttern und ich glaube wieder anfangen einzuschmelzen noch ein müllwürfel sehr gut da haben wir schon wieder einige oh wir müssen der marco kann dann langsam wieder suppen kochen hallo soll ich bald machen haie musst jetzt werfst du eins abbeißen nicht dass du stirbst lassen was hast du schon erreicht in deinem scheiß leben jetzt eskaliert er völlig hier jetzt wird er bescheuert ja bin ich schon immer nicht einschlafen ach ach oh alter eskalier doch du alte fette mutti was ist denn mit der bläden maya hier ist nix so ich werde den jetzt ja hast du die ganzen suppen einstecken ja meine warte ich musste da bis wo ist denn das so mit rechtsklicken ihn rausziehen nö wenn du mit rechtsklicken zurückhältst ich mag suppe tut mir leid gut ich töte den jetzt kennst du das noch ich töte dich oh ne kenne ich nicht ich spieße ja nicht 50.000 mal ab gerade wenn du hier bist ach ist er doch schon hey ruht guck mal wir schwimmen den einfach da und jagen den jetzt komm her ja zu wem habe ich du blöd mann ah da haust du nämlich ab er ist ja tot ha ha oh einfach ein angriff jetzt hier jetzt drehen wir den spieß hier nämlich um das war's was ist denn mit dir du du kannst überhaupt nichts kommt nämlich nicht mit den kannst du haben der ist nix der ist nix das musste ich mir glauben der hat gedacht der kann irgendwas da ist nichts was scheiß stein ey sag doch Mario ich bin kein stein ich bin Doktor Professor Med Diplo keine Ahnung alles ich bin doch Obermedizinalrad ich hab die Welt erfüllen oh hier ist richtig viel Metall das ist gut das ist gut der Fluss ist so groß gibt es hier mal Metall oder wie sehe ich das hier mit die Arschlöcher also ich hab schon sieben stücke gefunden da hast du schon alle weggekramt oder du bist halt an der Ecke wo es ist und ich bin an der Ecke wo es halt äh nicht ist da ist da ist nichts Alter da ist überhaupt nichts scheiß hier ich will das Metall finden Metall ist was feines vor allem gekocht lecker mhm was ganz feines ist das äh scheiß so schön Klippi sammeln für Marco ne obwohl kann ich Klippi auch in den Müllpresser holen oh hier ich glaube ja also hier nochmal dreimal Metall also keine Ahnung ich hab auch grad dreimal schön versteckt hier ja also da haben wir jetzt schön viel schön schön das Koffer nehm ich jetzt einfach trotzdem nochmal mit scheiß drauf kann man genug Batterien herstellen ja schön schön schnell schön gierig schön nichts übrig lassen für niemanden alles meins ich mach mit mein Guder weißt du ich tue mal den den Hai hier reinschmeißen oh da haben wir auch einiges Metall gleich mal einschmeißen oh Metallbomb ich schmelz mal ein ich kann das ist ja auch so schwer ja das ist ein komplexer Vorgang ne so Schmiede betreiben und so also lass mich das mal übernehmen ja ne damit das sowas wird wo tue ich den scheiß Bart hin hier ach man aber siebst nur rauf tausend Seil der braucht keine Ahnung was soll das so ich löse mein Anker äh Mario nein Mario so wie so ich ich wollte doch gerade machen was ne schnell Soll ich das Metall-Erz reintun? Nein, um Gottes Willen, Seile. Komm, hol mal Seile hier. Brauchen wir nicht. Ich tue jetzt noch Federn ja ein. Ich baue hier Kinnbogen. So, geht nicht. Ist die schon alle leer? Oh nein, ich habe einmal Kuffer reingetan. Die Batterie ist leer, deswegen. Ja, aber rot. Ich dachte, dann geht die ganz aus. Das ist eine Fecke, Alter. Was ist denn mit der Motiv? Oh, ich brauche eine kleine neue, warte. Äh, Batterie. So, noch Schrott. Wie viel Müll war für den Bordentrenz? Weah. Sehr gut. Ah, wir werden so reich. Ist mein Anker. Ich werde noch gesammelt. Ich habe einen Metallbogen. Kann man den knuddeln? Hä? Oh, sind wir heute wieder. Dimm. Was ist denn mit dem Scheißgerl? Ist nichts. Einen Scheißgatt, dafür haue ich jetzt ja weg. Genug. So, jetzt gucke ich nochmal, wo ist denn jetzt gerade... Äh, weit weg. Wiesst du was? In der Richtung ist auch eine Insel, die grün markiert ist. Also irgendwas Größeres wieder. Gleich haben wir irgendwann Glück. und finden all das Radio. Nein. Es ist unglaublich, dass wir das immer noch nicht gefunden haben, ey. Ja, weil wir das so cool finden, haben sie es rausgepatcht. Hm. Das ist wiederum. Wir dürfen das nicht haben. Na, jetzt drehen wir uns ein. Okay. Hab ich Plastik. Naja, ein bisschen was. Plastik. Hm, ich hab noch zwei Metallarts. Wo tue ich es denn jetzt? Ich tue es einfach mal. Jetzt, ja. Jetzt ist er mal auf Kurs. Ja, ich hab gerade mal die Dings gedreht. Damit wir erstmal von der Insel hier wegkommen. So, und jetzt. Jetzt knallt's hier nämlich. Jetzt machen wir nämlich hier einen Zugriff. Oh, ich bau Plastik. Hier, bestimmt. Ich bau Plastik. Ah, ich angle schon mal ein bisschen. Achso, hast du mir da Angel schon hergestellt? Achso, nö, warte. Ähm. Achso, ich brauch' ich ein bisschen. So, hier. Hm. Sehr gut, bester Mann. Hier spricht Käpt'n John. Deine Mama hat schon. Ja, ist der Beste, oder? Deine Mama. Gib mir einen kleinen Fisch. Batterien kommen in den Mülleimer, Mario. Naja, in deine Kiste, sozusagen. Mama. Äh, warte mal. Ach ja, weil wir uns gedreht haben. Warte mal. Schaumspucker. Okay. Gehen wir jetzt in diese Richtung. Nein. Geht das? Nein, das geht nicht. Alles verboten. Fallenschnapper. Scheint zu gehen. Okay, ich werde mal versuchen, vielleicht geht das, dass wir die Insel, wo wir ja so eigentlich hinmüssen, so als Quest, sag ich mal, irgendwie umrunden. Dann wirklich mit Windrichtung da dran landen. Nette! Gucken, ob das geht. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf so eine grüne Insel. Möwe, lande bitte. Du wirst im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt meines Speers. Ein durchstechendes Ereignis wird das, mit der Möwe. Oblich, ey. Wie kann man doch so einen Hass auf dem Tier haben? Ja, weil die mich hier nerven, wie man das spielt. Ich kann die doch einfach mit der Angelsähne auseinandertrudeln. Das schneidet schön. Oder du musst so, dass es sich nicht bewegen kann, zusammenbinden und dann einfach ein bisschen Bowling, schön die Bowlingkugel in ihre Richtung werfen. Äh, Mario? Na, wie geht's denn dir so? Wie die klötzt. Boah, gleich auseinander nehmen das Vieh. Ich will das gar nicht sehen. Lächerlich. Ich sammle hier mal ein bisschen einen Stoff. Alter, haben wir viel Möwenfleisch. Wir sind Gott. Oh, das ist scheinbar die grüne Insel da vorne. Da haben wir wieder Bienen und sowas. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Auf die Hand, wenn wir mal, ähm, wenn wir Bienen, das reicht. Und wieder ein Möwürfel. Danke. Zwei Honigwaben. So. Ah, Köder sind alle? Okay. So, wo ist die Insel? Ah, 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 okay. Da gibt's los. Da gibt's bestimmt ne Goldmine. Ich will Gold. Warum Goldmine in so nem Spiel, oder? Ah, ich will mal so ein Mining-Game, wo es ganz viel gibt. Wo man alles in verschiedenen Sachen abbauen kann. Verschiedenen Raritäten. Und dann kann man schön alles herstellen. Oh, das wär so gut. Sowas wünsch ich mir noch. Ich hab ja mal, das gibt's halt wirklich einfach nicht. Ich hab wirklich mal so geguckt nach so nem, ich sag jetzt mal, wie so Schmiedesimulator oder sowas, wo du dann vielleicht wirklich deine eigenen Erze abbaust und daraus irgendwas herstellst, was du da abgebaut hast aus den verschiedenen Materialien. Das Einzige, was es gibt, was du zur Entspannung mal mal spielen kannst, ist dieses Hydron hier. Wo du wirklich so diese Sachen selber einschmelzt. Aber das ist mir nicht komplex genug. Das ist so ganz simpel gehalten. Ja, das gibt's halt einfach nix. Wirklich, wo es so 50 Edelsteine gibt verschiedene und Erze und verschiedene Rohstadien und was du alles machen kannst. Ganz hübsche Diamanten herstellen und so. Das wär so geil. Wo man's einfach nur haben kann, wisst wie? Ja. Und selber schleifen, so selber formen. Ganz vorsichtig. Also wirklich so ne Simulation für sowas. Einfach was richtig Komplexes da wirklich dann. Das würde ich halt wirklich auch zocken. Aber wirklich mit einfachem Mining. Und dann freust du dich. Oh, was ist das? Dann klopst du so den Schrotz ab. Oh, das wär geil. Und schon mal gesucht. Gibt's halt einfach nicht. Ich hab auch schon mal ne Stunde Zeit genommen alles durchgewühlt. Naja, vielleicht irgendwann mal. Willst du auf die Insel drauf? Naja, ich will zum Händler. Okay, warte. Dann ich werfe mal den Anker aus. Ich bin halt ein bisschen von der Insel mal weg, damit wir dann nicht erst festhängen. So, Anker so ausgeworfen. Dann nimm noch Müllwürfel und sowas mit, falls du irgendwas holen willst. Ich bin der Beste. Tschüss. Eine Mutter. Oh, hast du mich gezwickt, du scheiß Blöder-Kackalackenfisch. Du bist doch nix. So. Gut, dann mach ich in der Zeit weiter Suppen. Jetzt kommt bestimmt wieder so ein Blöder-Bär angeheult. Oh, Rotz-Tädi. Wo ist denn der Händler? Biene. Biene nehme ich mit. Oh, nö. Kommt der Rippa angeheult. Einfach drauf. Das ist ja egal. Hau weg, den Urlaub. Mein Sperrkack hat heute nicht. Ich komm zurück. Langweilig. Ich brauch bitte einen Sperr. Langweilig. Hey, der hättest du erst mal zum Händler einfach jetzt durchschlaufen können. Nein, der verfolgt dich bis da hoch. Das hab ich doch schon mal probiert. Der lässt einfach nicht locker. Ja, wie Sperren halt so machen. Die rennen hier auf fünf Kilometer neuer. Auch wenn sie Junge haben. Die ignorieren sie vollkommen. Ja, warte. Ich guck mal. Sperr. So, hab einen für dich. Ich werd auch hier beschwimmen. Warte. Bring ich dir die Scheiße ohne mit hier. Bruce, lass das. Schön in der Nase gestochen. Siehst du, ich hasse die Möwen, du hast den Hai. Naja, nö, hast ihn jetzt nicht. So, jetzt mach ich hier nämlich einen Zugriff. Jetzt ist Schluss. Jetzt knallts hier nämlich. Ah, Bruce haut von mir ab. Ich seh das. Kann ich nicht den Schwienbaum, äh, Bienenschwarm befehligen, dass die den Bär einfach angreifen und töten? Nein, ich seh das gerade Schwienbaum. Nein, ich seh das gerade Schwienbaum. Es ist vorweitet, ey. Egal. Ach, mein Name ist Schwienbaum. Da ist wieder eine Möwe. Da war meine Möwe. Du musst sie schneiden. Verstehst du das? Richtig schön zerschnitten gerade. Hat sogar ihre Mutter gespürt. Ja, das ist ja nur die Wahrheit. Oh, schon wieder ein Müllwürfel. Nice. Boah, nimm doch nicht den Nagel mit, du fette Ahlati-Mutti. Mann. Was ist denn das? Wollen wir mal aufs Ruhe essen? Ich geh jetzt bei Holz und komm das hier in die Kiste rein. Schau jetzt hier, Holz weg. Ist mir egal. Was soll denn das rumgeheulen? Oh, noch ein Bär, was? Nö. Wahrscheinlich ein Schwiesbaum. Ja, der hat 80.000 Leben und eine Abklingzeit von minus 80 Sekunden geschwies. Das ist doch nicht normal. So, Steine haben wir jetzt erst mal. Oh, Metall sieht richtig gut aus. Langsam. So, herzlich willkommen beim Behinderung-Simulator. Einvergusten. Oh, nächste Suppe ist fertig. Alter, das geht aber jetzt schön schnell hier. Ich fährt hier zum Meisterkoch. Sau geht ihm auch gar nicht. Das ist so schlimm. Schönes Sippchen hier. Haben wir das schon? Bei mir ist das eigentlich gerade auch der Walking-Simulator. Ich mache eigentlich nichts anderes, außer hier sacht einpressen. Marco, hörsch mal zu. Hörsch mal zu. Deftiger Eintopf. Ein Rezept, das in einem Topf gekocht werden kann. Ein mysteriöser Eintopf, der dich einmal dem Tod entkommen lässt. Haben wir das schon? Nee. Das wird wahrscheinlich auch ein blaues Rezept sein. Es gibt normale Rezepte und ein blaues Rezept. Das ist ein blaues. Blaue Rezepte sind dann gute Rezepte. Explosiver Schleim. Kaufe ich mal eins. Ich kaufe auch mal einen Wacholder. Hat er auch noch eins. So, wir haben immer noch genug Geld. Okay, da haben wir das mal. Lassen wir das mal so wissen. Wir müssen es ja eher erforschen. Kannst du mal so ein Chili mitbringen? Vielleicht können wir das irgendwie anpflanzen. Chili? Ich glaube ich habe noch Chili bei Stufe 1, glaube ich. Kua Kama und Chili kaufe ich mal. Kann man dazu irgendwie anfangen? Moment, ich habe den Platz. Äh, Holz weg. Das andere haben wir ja alles. Deluxe, Lachssalat, Ananas, Erdbeere haben wir. Garderobe, Kompass. Kompass brauchen wir auch nicht, gell. Anrufe, Kompass. Kompass. Mh. Zeigt ungefähr noch in Ordnung. Naja, klar. Vielleicht später mal. Bauplan, fortgeschrittene, große Anbaufläche. Äh, warte mal. Bauplan, fortgeschrittene, kleine Anbaufläche und mittlere Ort. Hm, weil wir haben doch die normalen. Okay. Mir ist egal, was kostet denn das? Oh, das ist teuer. Oh, das ist teuer. Oh. In so'n Ding, also es gibt's ja klein, fortgeschritten, mittlere und große. Und jeweils kostet das sechs Müllwürfel und acht Münzen. Aua. Was? Was, jetzt? Ich sag doch. Tschüss. Ja, dann kommt zurück. Scheiß. Oh, der Mutter ruft an, warte mal. Jetzt kann man erst mal schön zuhören. Ja, herzlich willkommen bei Brav Simulator. Oh, wir hören erst mal Menschen mit dem Sterben zuhören. Ich scheine mal umlaut. Oh, der ist. Oh, der ist. Oh, der ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann gucken wir mal, kann ich Chili irgendwie anpflanzen? Wie das vielleicht? Ich ernte jetzt erstmal hier Koppelfilm. Da kann man es nicht anpflanzen, kann man es vielleicht in einem größeren Beet anpflanzen. Auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht die Fortgeschrittenen dafür braucht. Diese fortgeschrittenen Beete. Achso, das ist doch die selte Erde. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Also anpflanzen kann ich zumindest die Chili nicht. Und ich denke mal, Warholter und sowas auch nicht. Beziehungsweise Warholter ist vielleicht sogar an so einer großen Stelle. Warholter ist doch ein ziemlich großer Busch eigentlich. Da hat es das jetzt ausgetauscht. Nee, war es mir doch egal jetzt hier. Äh, Joa, geh nach den Neppen. So eine fette Sippe rein. Explosives Pulver. Mal. Hm? Was denn? Ja, das braucht's mal. Stimmt. Hier, explosives Pulver brauchen wir, damit wir Tiere fangen können. Ah. Also dieses Clippy, was du da gesammelt hast oder gekauft hast. Ja. Das kann man anscheinend nur kaufen, oder? Super. Ah. Ja, gut, dann heben wir das erstmal auf. Die Chili, Warholter und Kurkuma. Und gucken wir mal, ob wir die irgendwie anpflanzen können. Leder. Vielleicht mit so fortgeschrittenen. Ach. Mann. Buss. Ah. So. Oh, Kiste, 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 Kiste. Ähm. Leder. Oh, nice. Das nochmal. Oder mal, das Leder tue ich dir jetzt mal hier mit rein. Ich weiß nicht, wo das... Oh. Hm, exklusives Pulver, was wir dann für diese Munition brauchen. Ja. Okay, der Rest ist wirklich billig. Du brauchst einmal exklusives Pulver, vier Steine, äh, vier Seile. Du kriegst bestimmt auch nicht nur einen Schuss raus. Pass mal auf. Das wär ja ein bisschen dumm. Naja doch, könnte ich schon vermont, dass da wirklich nur ein Schuss ist. Einzug schon fertig. Wolle ich uns mal so einen deftigen Eintopf machen? Mach mal. Weil wir bräuchten dafür nur die Warolter, dann musste ich einmal die Warolter verwenden. Komm, probieren wir mal. Ach man, das mit dem Invent war schon mal eine Stunde. Also, einmal Warolter. Nehmen wir Fleisch. Wild und Kartoffeln. Lass mich los, aber da wird jetzt nichts Besonderes mehr sein. Und der nächste Millwärfel. Wir haben schon wieder 18 Millwärfel. Alles gut. Hm. So, ich ändere mal die Richtung. Ja. Wollte gehen. Dann kommen wir vielleicht endlich mal an dem Scheiß-Wort an, ey. Mann, 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 ey. Das ist nervig. Ja. Alter, die Wellen sind inzwischen zu hoch. Ich einfach jetzt unter Wasser zähle. Auf dem Kloß. Ich finde irgendwas ist mal gut hier. So, oder? Ähm, wirklich. So, ein richtiger Einzucht wird hergestellt. Wenn der fertig ist, wird er die Folge beschreiben. Das ist ein Gesundheitssystem. Hä? Wann redest du? Ja, alles gut. Da ist der einfach Kartoffeln. Ja, ja, ich hab das nochmal aufgefüllt. Mal gucken, was da jetzt rauskommt aus dem Eintopf. Ich könnte ja auch mal wieder normale Fische angeln, da gibt es die Welt zwar auch gut. Gibt es vielleicht noch goldene Rezepte? Nee. Nee, denke ich nicht. Ob die noch ein Update machen? Ich will noch mehr. Nee, denke ich auch nicht. Das Spiel ist ja einzig. Nein. Ist das die Insel dort oder was? Nee. Nee. Das dauert schon noch ein Stück, weil ich versuche ja irgendwie mit dem Wind zu umrunzen. Dass wir dann mit dem Wind drankommen, sag ich mal. Und der nächste Milch auch. Sehr gut. So, deftiger Eindruck. Na gut, sieht jetzt erstmal noch nichts aus. Aber hat doch einen Stern dran und der glitzert ein bisschen. Was? Genau. Oh. Ja. Zauber. Hm. Den nehmen wir uns auch. Okay, dann wird schon beendet die Folge hier, ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge mit überbliedenen Wellen. Genau. Bis bald, Eron. Tschulli.